Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Die Planetenausrichtung zeigt an, dass es an der Zeit ist, Ihren Bogen niederzulegen und über Ihr Ziel nachzudenken. Wenn Ihre Gedanken in eine Vielzahl von Richtungen abschweifen, wird es schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, Ihr Ziel zu treffen. Sorgen Sie dafür, dass Sie die nötige Ruhe bekommen. Richtige Ruhe unterstützt das reibungslose Funktionieren Ihres Körpers. Nehmen Sie rote Beete, Tomaten und jungen Löwenzahn in Ihren Speiseplan auf, um die Reinigung Ihrer Leber zu unterstützen. Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie sich eine leichte körperliche Betätigung zur Gewohnheit machen, die Sie fast jeden Tag ausüben können. Karriere Heute können Sie endlich die Dinge richtig stellen. In den letzten drei Wochen hat Ihnen der verrückte Kosmos einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Verwirrung hat heute ein Ende, also feiern Sie ruhig weiter. Liebe Sie können die Stärkungsmittel und Vitamintabletten heute wegwerfen, denn Sie brauchen sie nicht mehr, um sich einen zusätzlichen Energieschub zu verschaffen. Sie haben alle Energie, die Sie brauchen, um sich an diese besondere Person heranzumachen, die Sie schon seit einiger Zeit bewundern. Es ist der mutige Akt, sich vorzustellen, der die Verabredung wirklich zustande bringt. Probieren Sie es aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!